Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir uns mal die Zulfarag Gold und Leveling Methode anschauen, wie wir hier sehr effektiv ab Level 42 mit dem Frostmage quasi hochleveln können. Alleine, ja vollkommen alleine. Wir werden die Gräberfarm auf der Mauer, das werde ich euch gleich ganz genau zeigen, wie wir das machen werden, das ist wirklich eine sehr kranke Geschichte und ich verspreche euch, ihr könnt es wirklich ab Level 42 machen, ihr müsst dabei nur ein paar Dinge beachten. Jetzt bin ich hier gerade schon Level 51, wir werden jetzt mal einen ganz normalen Run einfach machen, Level 51, man macht das ungefähr bis Level 54 und dann macht man Solo in Maraudon weiter. Im Anschluss an diesen Run hier werden wir aber auch quasi nochmal uns eine Wiederholung gemeinsam anschauen, wie ich mit meinem Level 42er Mage genau den gleichen Run auch gemacht habe und da werde ich euch nochmal erklären, was ihr dabei beachten müsst. Und zwar könnt ihr quasi einfach am Anfang nicht direkt, wie wir das hier gleich machen werden, zu den Gräbern hinreiten, sondern ihr müsst quasi verschiedene Save Spots immer wieder usen, wo ihr quasi die Mobs resetten könnt, hochregen könnt, die Schilde neu aktivieren könnt und dann quasi neu weiterreiten könnt. Das heißt, der einzige Nachteil, den ihr am Anfang haben werdet, ist einfach nur, dass ihr quasi nicht direkt hinreiten könnt. Das heißt, ein Run dauert für euch etwas länger. Genau, so, ihr macht ungefähr 150.000 EP pro Stunde und 40 Gold die Stunde, ist auf jeden Fall echt eine richtig kranke Geschichte. Ich habe, glaube ich, also ich weiß nicht genau, aber ich habe, glaube ich, in 40 Minuten oder so, habe ich am Anfang ein Level gemacht. Also, das ist echt eine Ansage, Leute. Und, ja, welche Addons würdet ihr euch dafür empfehlen? Ihr solltet auf jeden Fall euch Weak Auras holen, damit ihr euch hier das Addon quasi oder die Weak Aura Instance History runterladen könnt. Das ist quasi diese kleine Anzeige hier. Zeigt euch dann, wie ihr, also wie oft quasi die Instance schon resettet wurde, damit ihr einfach nicht ins Indie-Cap könnt und es ganz gemütlich halt machen könnt. Habt ihr hier so eine kleine Übersicht immer. Ihr müsst einfach das Addon Weak Aura quasi installieren, dann hier auf Importieren klicken, dann auf den Link, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, klicken. Und da müsst ihr dann nochmal auf Code kopieren klicken, mehr oder weniger. Ja, dann einfach wieder hier reingehen, auf Importieren hier einfügen und auf Fertig. Und dann habt ihr quasi hier diese Sachen drin. Das könnt ihr zum Beispiel auch bei dem Nenn-Shield machen. Das ist das nächste Ding, was ich euch empfehlen würde, die nächste Weak Aura. Aber wenn ihr dann quasi hier so ein Schild habt, dann habt ihr quasi hier so eine Anzeige, wie viel das Schild quasi noch absorbieren würde. Da könnt ihr auch hier gucken. Das steigt dann, je nachdem wie viele Schilder ihr aktiv habt. Das finde ich einfach eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte bei der ganzen Geschichte hier. Und der ganze Grind hier ist natürlich nicht von mir, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Deswegen nochmal Shoutout an der Stelle an den englischen YouTuber und Streamer Alayos, wird er glaube ich ausgesprochen. Der hat da auch sehr viele Videos zum Thema gemacht. Und den werde ich auch in der Videobeschreibung nochmal verlinken. So, welche Talente sollten wir für die ganze Geschichte verwenden? Ihr solltet hier im Grunde genommen den ganz normalen AOE-Bild einfach nehmen. Das heißt, wir gehen überwiegend in den Frosttalentbaum natürlich rein, bis zur Eisbarriere. Und dann machen wir weitere Punkte quasi hier in den Arcanbaum rein. Und kann man aber auch, also den Bild werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Und könnt ihr aber sonst auch einfach googeln, findet man eigentlich überall. Genau, sonst würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir werden quasi hier den Timer anmachen und dann einfach mal schauen, wie lange wir für den ersten Run hier brauchen. So, wir reiten rein und versuchen uns hier beim allerersten Pack bei den beiden mittig zu halten ungefähr. Am Anfang werden die noch adden, ja, am Ende dann nicht mehr, wie ihr seht. So, hier ist wichtig, versucht immer so ein bisschen schräg über die Mobs drüber zu jumpen. Weil die euch nämlich nur benommen machen können, wenn die euch von hinten hitten. Ja, dementsprechend immer versucht ein bisschen schräg drüber zu strafen über die Viecher. Ja, so hier ungefähr, dass die euch quasi immer von möglichst, ah, haben wir geschafft, sehr gut. Also nicht von hinten hitten. So, einfach hier auch möglichst zentral halten. Müssen wir dann nach rechts hier, so und dann direkt hier rum. Wir sind gerade schon an zwei Safe Spots vorbeigeritten, die wir normalerweise quasi verwendet hätten, wenn wir jetzt noch nicht so ein hohes Level hätten. Genau, da wir aber 51 sind, können wir hier ganz entspannt rein. So, hier auch nochmal schön ein bisschen strafen, damit die einen von vorne quasi hitten, mehr oder weniger. Also ich habe auch wirklich in den unzähligen Runs, die ich hier gemacht habe, wollte ich wirklich nur ein-, zweimal benommen. Es geht wirklich relativ gut, diese Taktik gar nicht. So, wir sind quasi hier in dem Gräberraum angekommen. Wir machen kurz nochmal das Schild an und jumpen hier hoch, ja, in diese kleine Ecke. Das ist ein bisschen tricky. Ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis ich genau herausgefunden habe, wie man diese Ecke hier hoch springt. Aber da kommt ihr auf jeden Fall rein. Das ist einfach ein bisschen Übungssache. So, jetzt haben wir Kampf gedroppt gerade, deswegen können wir quasi wieder runtergehen. Ihr müsst euch einfach merken, ihr dürft nicht direkt ganz in die Ecke reingehen, dann geht das manchmal nicht. Guckt, wenn ihr hier direkt in die Ecke reingeht, geht das nicht. Ihr müsst, ihr müsst leicht davor stehen bleiben und dann leicht davor hoch springen und nach vorne drücken, dann kommt ihr eigentlich ohne Problem hier in die Ecke rein. Genau. So, dann lassen wir die ganzen Gräber, die werden wir öffnen. Ja, ganz wichtig, aufmauten und so kurz hier rein reiten, den Boss aktivieren und dann hier ganz schnell die Gräber klicken. Ihr seht schon, die Zombies kommen auch langsam schon an. Das ist gerade auch etwas so. Springen, Nova. Ja, durch Springen wird die Range der Nova leicht erhöht, auch ein leichter Tipp. Ein weiterer Tipp, den ich neulich bekommen habe. Genau, warum aktivieren wir den Boss am Anfang? Das ist einfach deswegen, damit die Zombies nicht direkt zu euch laufen, sondern die laufen erst zu dem Bossen, wenn ihr den aktiviert habt. Ja, wenn ihr es nicht machen würdet, dann würden die quasi euch immer direkt verfolgen. Genau. So, ein bisschen hoch raken, müssen wir aber gar nicht so mega viel und ihr klickt hier ganz schnell drauf. Versucht auch nicht, die Gräber noch zu looten oder so, sondern klickt einfach hier ganz schnell drauf. Jetzt ist es ein bisschen tricky. Hier müsst ihr schnell genug sein. Direkt blinzeln, bäm. Springen, Nova könnt ihr nochmal machen. Ja, dann hier hin, so und dann hier hoch. So, dann wieder resetten hier und dann holen wir die letzte Runde. Und wie gesagt, lasst euch wirklich nicht davon einschüchtern, wenn ihr das am Anfang verkacken werdet. Ich habe wirklich am Anfang, also wie wir dann auch bei der Aufnahme, die ich euch vielleicht zeigen werde, werden wir es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber ich habe wirklich am Anfang auch echt verkackt. Also da muss man sich einfach einspielen. Das ist einfach eine absolute Übungssache. Da werdet ihr aber reinkommen. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr wirklich sehr, sehr schnell, ihr seht hier schon möglichst, oh, jetzt habe ich fast noch verkackt, die Gräber öffnet, ja, so und dann hier wieder. Ihr könnt jetzt hier schon resetten, ihr könnt auch jetzt schon die Mage Armor anmachen, das ist wichtig im nächsten Teil. Die andere Armor brauchen wir jetzt nicht mehr, dann könnt ihr hier hochjubben und dann quasi auch noch hier resetten, ja. Nochmal kurz erklärt, ihr seid quasi hier unten, ja, und dann müsst ihr hier diese Statue hochspringen, da gibt es keinen genauen Weg, die ist relativ, da kommt ihr von vielen Seiten hoch, dann könnt ihr ganz entspannt einfach hochspringen. Und dann quasi hier auf die Mauer drauf, genau. Und das nächste, was ihr machen müsst, ihr müsst aufmounten, ja, und dann hier hochspringen, so, ne, dann kommt ihr hier einfach hoch, kommt ihr auch rein, einfach ein paar Mal machen, denn wenn ihr so hier hoch springt, ohne Mount, kommt ihr hier einfach nicht hoch, nicht wundern an der Stelle. Genau, so, jetzt jumpen wir nochmal den Mount hoch, nicht wundern, wenn mein Run, wie gesagt, am Ende vielleicht leicht länger dauern sollte, weil ich hier vielleicht das eine oder andere noch erklärt habe. So, ihr geht hier hin, ja, Zauberstab auf den, dann macht ihr hier immer Blizzard und guckt, dass ihr möglichst alle trefft, und ihr seht immer, okay, die haben mich hier im Visier, sehe ich, dementsprechend habe ich die getriggert, kann hier weiter, immer auf das Ding, dann hier rüber, hier hochjumpen, hier vorsichtig sein, ja, ihr dürft hier nicht runterfallen, wenn der da runterfällt, seid ihr am Arsch, dann müsst ihr sehr vorsichtig sein bei dem Jump, genauso machen, wie ich es gerade gemacht habe. So, hier versuchen alle zu aktivieren, ja, dann schnell hier rüberjumpen, und dann die schnell slown, ja, das klappt nicht immer, das ist eine sehr, sehr knappe Geschichte manchmal, so, okay, dann hier slown, 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 moin, das ist uncut hier, ja, wir slown hier nicht, wir slown hier nicht, wir slown hier, so, dann können wir hier schon mal erst ein Blizzard hinmachen. Am Anfang ist es sehr hektisch, ihr habt es gerade gesehen, weil wir hier auch noch zum Teil die von hier unten hochpullen wollen, und solche Geschichten, da muss man so ein bisschen clever agieren manchmal, so, und immer kurz bevor die rüberkommen, wieder rüberjumpen, so. Ja, jetzt springen wir noch einmal rüber, würde ich sagen, und jetzt slown wir die nochmal. Genau, also es ist wirklich, glaubt mir Leute, am Anfang, ich weiß, sieht das sehr, sehr beängstigend aus, was man hier macht, und, so, jetzt schon mal einen Mana Gem usen, ja, das ist wichtig, denn das Mana Management ist hier sehr wichtig, damit ihr nicht umgeht, deswegen macht euch am Anfang zwei Mana Gems mit Mage, ja, ihr seht hier, ich habe hier zwei Stück gemacht, die sind hier unten, denn, ähm, sonst geht ihr quasi um, deswegen den ersten Mana Gem relativ früh verwenden, damit ihr quasi hier auch genug Mana habt, ihr könnt aber auch am Ende dann eine Evocation machen. So, jetzt ist eigentlich das Ziel am Anfang überhaupt erstmal, ich mache hier Blizzard Rang 1 am Anfang, das Ziel ist am Anfang überhaupt noch nicht, äh, die direkt down zu machen, ja, sondern das Ziel ist wirklich einfach, die so möglichst alle auf einem Klumpen zu haben, so wie wir das jetzt hier gerade haben, so, und dieser, dieser Jump hier, ich weiß, ja, er sieht, beängstigend aus, ich verstehe schon, aber glaubt mir, äh, ihr kommt da rein, so, ihr wartet, bis sie ungefähr so hier sind, ja, dann springt ihr, und dann müsst ihr ungefähr hier das so machen, kurz bevor die ankommen, macht ihr Blizzard hin, dass ihr hier so diesen halben Berg drauf habt, und auch einen Teil von der Mauer, dann werden die quasi doppelt geslowt von dem Blizzard, und den nächsten Blizzard macht ihr dann so leicht ins Pack rein, nicht ganz am Anfang, sondern leicht ins Pack rein, und dann seht ihr hier, äh, laufen die sehr, sehr schön an der Mauer, entlang, so, es ist echt, äh, nicht so leicht, nebenbei alles zu erklären hier, aber ich denke, dadurch, dass ich einfach schon ein bisschen Übung habe, auch, geht das vielleicht, leichts auch vorher aufnehmen sollen, Lull, und danach erklären, egal, wir kriegen es schon hin, ähm, ihr seht immer hier, kurz bevor die ganze, äh, Kompanie ankommt, slowt ihr hier quasi am Berg, und macht dann quasi hier, die zweite Nova, so leicht ins Pack rein, und dann werden hier alle schön, nacheinander, geslowt, genau, also wie gesagt, äh, den Jump hier, ist einfach eine Übungssache, Leute, ja, da kommt ihr rein, ihr müsst mal den Winkel ausprobieren hier, es ist einfach so ein bisschen tricky, wenn man zu weit nach hier geht, ist der Kamerawinkel blöd, dann sieht man nicht mehr, wenn die Viecher hier ankommen, und das ist sehr, sehr wichtig, denn wenn ihr zu lange wartet, ich weiß nicht, ob ich auch nochmal Blooper hier rein cutte, muss nochmal gucken, also Sachen, wo es nicht geklappt hat, äh, wenn ihr zu lange wartet an der einen Stelle, dann hitten die euch, und ich kann euch sagen, gerade am Anfang, aber jetzt auch noch, das sind alle Level 43, 44 Elite, äh, wenn die euch alle gleichzeitig hitten, dann seid ihr instant down, ja, also ihr könnt hier, ähm, im Grunde genommen erst mal Evocation, ja, so, damit wir einfach jetzt wieder genug Mana haben, und, äh, jetzt auf dem Level ist es alles schon ein bisschen entspannter vom Mana, auch eher, am Anfang ist es aber wirklich noch sehr knapp mit Mana. So, jetzt sind die langsam schon down, ja, ähm, ihr müsst darauf achten, dass ihr die nicht am Berg killt, weil da könnt ihr die nicht looten, da kommt die aber auch rein, da kommt die rein, ähm, irgendwann habt ihr es dann drauf, dass ihr es so drauf habt, dass die quasi hier, ah, ich kille jetzt nochmal nicht alle, weil ich gleich nochmal was zeigen wollte, also ihr müsst da so ein bisschen reinkommen, dann auch am Ende, am Anfang würde ich mich einfach darauf konzentrieren, dass ihr die überhaupt killt, erst mal, ja, ist auch egal, wenn die alle am Berg sterben oder so, dann ist es halt so, mh, weil ich euch zeigen wollte, genau so, wenn ihr hier zu lange wartet, und die hier schon sind, und euch dann hitten, dann machen die euch vielleicht benommen, ihr fallt runter und sterbt, ja, deswegen ist es wichtig, dass ihr quasi nicht zu lange wartet, bevor ihr wieder zurückspringt, so, genau, und jetzt haben wir es eigentlich perfekt, ihr seht, äh, jetzt mache ich auch, ich habe, ich switche auch immer mal wieder, nicht wundern, mal mache ich Blizzard Rang 1, wenn ich die einfach nur klumpen möchte, und kurz slown möchte, ähm, auch am Anfang, als ich die einzelnen hier noch gepullt habe, das ist auch ein kleiner, äh, 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 am Anfang habe ich kurz, wenn ihr euch erinnert, den hier nochmal gemacht, ja, das ist einfach deswegen, ich habe ja am Anfang die ja alle gepullt, die rennen hier so lang, ja, und hier bleiben oft welche stehen, dann macht ihr einfach schnell, Rang 1 Blizzard, ja, so, ihr müsst quasi auch an der Kante stehen, damit es im Line of Side ist, nur ein Tick, dann haben die euch im Target, kommen aber nicht hoch, deswegen müsst ihr ganz schnell hier rüber springen, so, dann laufen die los, Problem ist aber, zu dem Zeitpunkt sind die, die von hier unten gekommen sind, schon hier oben, das heißt, ihr lauft, ihr springt hier rüber und macht direkt den, dann werden die allerersten, die schon hier sind, kurz geslowt, dann habt ihr genug Zeit, um quasi hier rüber zu jumpen wieder, ja, und dann kommen wirklich alle quasi ganz rum, also das, so diese Anfangs, äh, dieser Anfangsmoment ist einfach immer ein bisschen hektisch, aber das bekommt ihr auf jeden Fall hin, Leute, ich glaube an euch, ja, das ist eigentlich schon die ganze Magie, auf Level 42, wie gesagt, muss man so ein bisschen mehr an sein, äh, auf sein Mana-Management achten, weil man schneller umgeht, deswegen, meine Empfehlung auf Level 42, wirklich, ähm, ganz relativ schnell, auf 80% Mana, den ersten Mana-Gem verwenden, ungefähr, dann wenn man oben ist, quasi rüberjumpen, ja, Evocation machen, die Viecher laufen einmal rum, ja, und dann wieder jumpen und wieder kiten, und wenn ihr dann nochmal oben gehen solltet, den zweiten Mana-Gem auch noch verwenden hier, und dann sollten sie eigentlich down sein, im Idealfall, und wenn sie dann noch nicht down sein sollten, könnt ihr auch einfach hin und her jumpen, ja, und dadurch Mana reggen, und dann, wenn ihr wieder genug Mana habt, sie dann quasi finishen, wenn sie noch auf 10% oder so sein sollten. Und deswegen haben wir nämlich auch die, äh, Magie-Rüstung an, quasi ganz wichtig, damit regt ihr quasi, dauerhafte Mana, während ihr die ganze Geschichte hier macht, denn die Viecher hitten euch ja nicht, und deswegen braucht ihr auch die Eisrüstung nicht, während ihr das macht. Genau, einfach looten, ja, so, wir haben jetzt hier komplett, äh, einmal durchgelootet, ihr seht schon, wir, also das ist halt wirklich krank vom Gold her auch, ne, wir kriegen hier sehr viele graue Items, sehr viele grüne Items, ich hab auch schon einige, sogar schon einen Epic gefunden, äh, und ein blaues Item, und, äh, es ist wirklich eine absolut kranke Geschichte, und, ihr müsst euch einfach nur einspielen, und dann kommt ihr da auf jeden Fall rein. So, wie resetten wir, ja, das kann ich auch vielleicht noch, das mach ich nicht vor, das ist selbsterklärend, ihr loggt euch einfach aus, ja, einfach so ausloggen, und loggt euch dann auf eurem Twink ein. So, auf eurem Twink wiederum, müsst ihr genau zwei Minuten warten, dann bekommt ihr im Chat eine kleine Ankündigung, dann steht da, ihr seid jetzt der Gruppenanführer, ihr müsst auch nicht im Schlagzug sein, könnt auch einfach in der Gruppe drin sein, also euer Twink bekommt quasi dann die Nachricht, ihr seid Gruppenleader, ja, dann könnt ihr mit eurem Twink einfach hier so machen, kann ich es nicht, weil ich in der Indie drin bin, äh, alle Gruppen, äh, resetten, heißt das glaube ich irgendwie, und dann, äh, wird quasi der Char hier an den Anfang der Indie geportet, automatisch, ja, dann loggt euch wieder auf den Char hier ein, und steht am Anfang von so ein Grupp. Genau, das war die ganze Geschichte, wir haben jetzt zwölf Minuten vor einem Run gebraucht, aber ich habe auch noch ein bisschen gelabert, erklärt und so weiter, ich denke so zehn Minuten vor einem Run sind auf jeden Fall, ähm, machbar, ja, vielleicht auch noch weniger, wenn ihr euch eingespielt habt, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal zu dem Run, wo ich die ganze Geschichte mit Level 42 gemacht habe, und gucken uns das auch nochmal an, was man da beachten sollte. und so, Freunde der Nacht, wir gehen hier mal in den Level 42er Run rein, ihr seht, ich bin ja Level 42, das war wie gesagt, äh, live auf Twitch war ich hier, und ich werde quasi einfach mal kommentieren, was ich hier an dem Run genau gemacht habe. äh, das Ziel ist eigentlich relativ schnell, den allerersten Safe Spot zu erreichen, den wir hier schon auf der linken Seite sehen, diese beiden, äh, Vierecke hier auf dem Boden, da müsst ihr quasi einfach euch in die Mitte reinstellen, und, äh, ihr habt da in der Mitte so einen kleinen Spielraum, ja, ihr könnt so ein und zwei Schritte nach rechts und nach links gehen, müsst ihr mal genau probieren, manchmal stehen die auch, ähm, sehr, sehr nah, hier, also die Viecher, wenn ihr euch wirklich bis hier vorne gefolgt habt, zum Beispiel stehen die genau hier, und dann greifen die euch quasi noch so mit Auto-Attack, manchmal durch die Dinger durch an, dann müsst ihr nochmal so ein bisschen einen Schritt nach links oder rechts gehen, dann könnt ihr aber auch an der Stelle resetten. Also ihr geht schon, äh, ihr seht schon, ich hab jetzt quasi hier resettet, die Viecher sind quasi gerade weggerannt, und, ähm, dementsprechend hab ich gerade noch, wie gesagt, das war wirklich einer der ersten Runs, hab ich sehr viel Zeit verschwendet auch, ähm, ich bin eben gerade ein Stück nach vorne gegangen, dann war der, äh, Witch Doctor hier wieder im Combat, man muss halt aufpassen, dass man einfach hier, quasi hinter der Ecke noch mounted, das hab ich auch zu nah an der Wand gemounted gerade, alles noch so ein bisschen, ähm, anfängermäßig, genau, jetzt quasi hinter dem Ding gemounted, dann hier auch wieder versucht, zu strafen, mehr oder weniger, quasi zu versuchen, dass sie mich nicht von hinten hitten, und jetzt bin ich bei dem zweiten Safe-Spot, hier schon direkt angekommen, hingeblinzelt, und ihr seht, eine relativ knappe Geschichte, ich hab's hier gerade noch geschafft, und kann mich quasi hier hinter die Ecke retten, genau, das ist in dem Fall ein bisschen idealer, die meisten Mobs sind hier relativ weit weg, und ich kann quasi einfach hier hinter dem Viereck dann resetten, hier wurde im Stream dann noch angemerkt, dass man sich auch ein Sid Marco quasi schreiben kann, sich hinsetzen kann, dass quasi nochmal euer Char-Modell quasi kleiner wird, weil ihr euch quasi hinhockt, und dann können die auch euch nicht mehr so über diese, ähm, Christen quasi drüber hinweg sehen, deswegen ist es aber vor allem dann wichtig, wenn ihr so größere Char-Modelle habt, wie, keine Ahnung, ein Troll-Magier, Menschen-Magier, wie auch immer, äh, der weibliche Gnome-Mage ist anscheinend das kleinste Char-Modell überhaupt im Spiel, und dementsprechend ist es auch tatsächlich, äh, die beste Rasse, die man eigentlich haben kann für die Geschichte, weil man relativ easy resetten kann, weil man sich quasi gar nicht mehr hinhocken muss, und weil man einfach schon ein relativ kleines Char-Modell, der hat, und das kommt auch nachher nochmal zum Tragen, oder habe ich euch ja glaube ich auch schon erzählt am Anfang, äh, ihr könnt durch diese eine Lücke da direkt durchgehen, aber da könnt ihr nur mit dem weiblichen Gnome durchgehen, das werde ich aber gleich nochmal zeigen. Genau, hier die alte Methode, wir versuchen immer so schräg rüber zu jumpen, damit quasi dieser eine Hit, den die Gegner machen, damit der im Idealfall quasi nicht von hinten kommt, jetzt habt ihr mal gesehen, hier wurde ich quasi sogar, äh, benommen gemacht in dem Try, das wusste ich auch gar nicht mehr, ähm, habe ich direkt Coldsnap angemacht, nochmal eine Nova rein, damit halt die ganzen, äh, die ganzen Viecher hier genovat werden, ist quasi relativ egal, wie viele man pullt, weil wir eh gleich resetten werden, ja, und, ähm, ihr müsst quasi einfach nur jetzt hier, äh, hochkommen, da war ich auch etwas, äh, ihr habt gesehen, das war noch eine sehr knappe Geschichte gerade noch, ja, bin ich gerade noch fast noch hängen geblieben an der Ecke, auch interessant, wenn man das so im Nachhinein sich nochmal anschaut, wie unsicher man irgendwie einfach war, und wie einfach es dann doch mit der Zeit wurde, und, ähm, genau, also im Grunde genommen, ähm, das war quasi der schwierige Teil, ja, das quasi, ähm, das müsst ihr quasi schaffen, wenn ihr mit einem Level 42er Mage in die Ecke reingeht, ähm, alles weitere, wir könnten uns das auch nochmal anschauen, das quasi geschieht, wenn, ähm, wir dann hier das AOE Grinden machen, aber wie gesagt, ich kann immer ein bisschen noch, ich denke, das ist zu lange, wenn wir uns alles anschauen hier für das Video, ähm, merkt euch einfach nur die beiden Safe Spots am Anfang, da könnt ihr resetten, ja, und, äh, ihr müsst quasi danach, äh, möglichst lebend hier an der Ecke ankommen, und dann geht es genauso weiter, wie halt eben in den, ja, vorangegangenen Videoteilen, die ich euch schon gezeigt habe, ne, wirklich genau das gleiche Prinzip, ich, äh, renne wieder lang, äh, quasi pull die ganzen Viecher hier dann am Ende, jump dann, ähm, also öffne die Gräber und so weiter, jump dann hier hoch, pull die dann von oben, und mach dann quasi hier genau die gleiche Geschichte, und ist natürlich jetzt hier mit dem Level auch, und auch mit der Erfahrung, die ich da hatte, alles so ein bisschen kritisch gewesen, ihr seht schon, ich bin ja hundertmal hin und her gejumpt, und, äh, bin fast durchgedreht, und dann hab ich den versucht zu slowen hier noch, und dann, ähm, ja, ähm, hab ich es aber tatsächlich am Ende wirklich geschafft, äh, ihr könnt es gleich mal sehen, damit ihr nochmal einmal mal sehen könnt, wie viel EP man hier wirklich auf dem Low-Level-Bereich gemacht hat, äh, ihr seht das gleich, so, jetzt sterben die gleich, und ihr könnt es sehen, Leute, ja, äh, einfach mal, überlegen, ne, im Grunde genommen wirklich, wir waren am Anfang auf 4 ungefähr, also hier von der EP her, und wir haben halt einfach mal, sind noch nicht mal alle down, wir haben quasi fast irgendwie, also auf jeden Fall ein Drittel gemacht von dem Level, mit einem Pull, und, ähm, na, ich muss da die, die restlichen auch noch dann machen, wir sind bei 1,37, machen wir mal, äh, na, kommen schon die Pfeiler, mach sie down, mach sie down, damit wir nochmal genau sehen, wie viel EP wir halt auf Level 42 gemacht haben, einfach von der Balkenanzahl her, so, und schon ein Blizzard noch rein da, ich springe echt nochmal rüber, oder, oh mein Gott, ah, that it was komplett, okay Leute, ich denke ihr bekommt, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie man das quasi auf Level 42 macht, ja, das war dann quasi auch das komplette Video, äh, ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Farmen, das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, den Mage hoch zu leveln, und noch sehr viel Gold dabei zu machen, schreibt mir gerne, eure Meinungen zu der ganzen Geschichte, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, in den Kommentaren, und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Defiler, ciao, ciao, Euer Defiler, euer Defiler, euer Defiler,